Der Prolog von Urit vom 22. August Gedenken Die heiligen Märtyrer Arathónikos, Sortikos und andere mit ihnen. Arathónikos war ein Einwohner von Nicomedia und ein gläubiger Christ. Mit großem Eifer bekehrte er die Griechen und führte sie vom Götzendienst zum wahren Glauben. Auf Anordnung von Kaiser Maximian verfolgte der Stadthalter auf grausame Weise die Christen. Bei dieser Verfolgung nahm der Stadthalter den heiligen Sortikos an einem Ort namens Carpe gefangen, kreuzigte seine Schüler und brachte Sortikos nach Nicomedia, wo er auch den heiligen Arathónikos gefangen nahm und fesselte, sowie Prinkeps, Theoprepios, Akinzinos, Severianos, Zeno und viele andere. Gefesselt wurden sie alle nach Byzanz gebracht. Doch die heiligen Sortikos, Theoprepios und Akinzinos starben auf dem Weg an ihre vielen Wunden und an Erschöpfung. Severianos wurde bei Chalcedon getötet. Und Arathónikos wurde zusammen mit den anderen nach Thrakien in die Stadt Silibria gebracht, wo sie, nachdem man sie vor dem Kaiser selbst gematert hatte, enthauptet wurden und eintraten in das ewige Leben und in die Freude ihres Herrn. Die heilige Märtyrerin Evlalia In einer Zeit schrecklicher Christenverfolgung lebte in Spanien die Jungfrau Evlalia, Tochter christlicher Eltern in der Stadt Barcelona. Christus als ihrem Bräutigam völlig hingegeben, gänzlich eingetaucht in die Heilige Schrift, widmete sich Evlalia unablässig der asketischen Disziplin des Leibes und der Seele. Als der Folterer Dachian, der erbarmungslos Christen in ganz Spanien tötete, nach Barcelona kam, entwich Evlalia in der Nacht ihren Eltern, trat vor den Folterer und in Gegenwart vieler Menschen klagte sie ihn dafür an, dass er unschuldige Menschen töte. Außerdem verspottete sie die leblosen Götzen und bekannte offen ihren Glauben an Christus, den lebendigen Herrn. Der erboste Dachian befahl Evlalia zu entkleiden und mit Ruten zu schlagen. Doch die heilige Jungfrau sagte, dass sie die Schmerzen der Matern für ihren Christus nicht spüren würde. Der Folterer band sie daraufhin an ein hölzernes Kreuz und befahl sie, mit Fackeln zu verbrennen. Der Folterer fragte sie daraufhin, wo ist dein Christus jetzt, um dich zu retten? Evlalia antwortete, er ist hier mit mir, aber du kannst ihn nicht sehen wegen deiner Unreinheit. Unter großen Schmerzen übergab Evlalia Gott ihre Seele. Als sie starb, sahen die Menschen eine weiße Taube aus ihrem Mund aufsteigen. In diesem Augenblick fiel unerwartet Schnee und bedeckte den nackten Leib der Märtyrerin mit einem weißen Gewand. Am dritten Tag kam der heilige Felix und weinte traurig vor Evlalias gekreuzigten Leib und auf dem leblosen Antlitz erschien ein Lächeln. Ihre Eltern kamen und beerdigten zusammen mit anderen Christen ehrenvoll den Leib dieser heiligen Jungfrau. Evlalia litt und starb für ihren Herrn und trat ein in die ewige Freude zu Beginn des vierten Jahrhunderts. Die heilige Anthusa und andere heilige Märtyrer mit ihr. Anthusa war die Tochter reicher heidnischer Eltern aus Selefkia in Syrien. Als Anthusa von Christus hörte, glaubte sie an ihn von ganzem Herzen und ging im Geheimen zu Bischof Athanasius, der sie taufte. Bei ihrer Taufe erschienen ihr Engel Gottes. Danach zog sie sich in die Wüste zurück, um sich dort 23 Jahre lang der Askese zu widmen. Im Gebet zu Gott übergab sie auf einem Stein kniend, unter dem sie ihren letzten Willen gemäß beerdigt werden wollte, ihre Seele. Bischof Athanasius und zwei Diener, Anthusas namens Charismos und Neophytos, wurden danach wegen ihres Glaubens an Christus getötet. Dies geschah unter Kaiser Valerian ungefähr im Jahr 257. Sie alle starben ehrenvoll und errangen die Kronen. Lobeshymne Die heilige Märtyrerin Evlalia Gottes weiße Taube und Märtyrerin Christi. Evlalia wünscht sich die Matern, dass durch die Matern der Geist weiß würde. Was ist der Körper? Schwacher Lehm des Töpfers. Wenn aus ihm die Seele weicht, kehrt der Staub zum Staub zurück, die Seele in die Welt der Engel. Evlalia trägt Christus, ohne Seufzen erduldet sie die Matern. Sie erträgt die Matern und betet zu Gott, um dem Folterer zu widerstehen. Und die Taube widerstand und die Märtyrerin siegte. Ihr Leib voll Wunden, durch weißen Schnee bedeckt, die Seele fliegt, eine Taube aus ihr fliegt zu ihrem Schöpfer. Auf ihrem leblosen Antlitz von weißem Schnee bedeckt, siehe das Lächeln der Siegerin, siehe das Lächeln der Rächerin. Mit einem Lächeln rächte sie sich und verkündete ein neues Leben. Durch die Gebete der Evlalia möge Gott sich auch unser Erbarmen. Betrachtung Wenn jemand einmal wirklich bereut hat, darf er nicht mehr an die begangenen Sünden denken, damit er nicht wieder in die Sünde fällt. Der heilige Antonius rät, hüte dich, damit dein Geist nicht mit der Erinnerung an frühere Sünde besudelt und in dir nicht das Gedächtnis an sie erneuert werde. Und an anderer Stelle sagt er, bestärke nicht die Sünden, die du zuvor in deiner Seele begangen hast, indem du über sie nachdenkst, damit sie nicht in dir wiederholt werden. Sei gewiss, dass sie von jenem Augenblick an vergeben sind, indem du dich in Reue an Gott wendest. Zweifle nicht daran. Es heißt über den heiligen Ammon, dass er solche Vollkommenheit erlangte, dass er in seiner großen Güte die Existenz des Bösen nicht mehr wahrnahm. Als er gefragt wurde, was der schmale und leidvolle Pfad sei, antwortete er, es ist die Beherrschung der eigenen Gedanken und die Abtrennung von den eigenen Begierden, um den Willen Gottes zu erfüllen. Wer die sündigen Gedanken bezähmt, denkt weder an die eigenen Sünden, noch an die der anderen, noch an irgendetwas Verderbliches oder Irdisches. Der Geist eines solchen Menschen ist ständig im Himmel, wo es nichts Böses gibt. Auf diese Weise wird allmählich das Böse aus uns vertrieben, sogar in unseren Gedanken. Zum Nachdenken Lasst uns darüber nachdenken, wie Gott auf wundersame Weise David half. 1. Samuel, Kapitel 19 Wie David vor Saul Hafe spielte. Wie ein böser Geist über Saul kam und er einen Sperr auf David warf, um ihn zu töten. Wie Saul David nicht traf, obwohl er so nahe war. Homilie Über die Prophezeiung der Wunder Christi Dann werden die Augen der Blinden geöffnet, auch die Ohren der Tauben sind wieder offen. Dann springt der Lahme wie ein Hirsch, die Zunge des Stummen jauchzt auf. Jesaja 35, Verse 5-6 Kommt, meine Brüder, und lasst uns staunen über die Macht unseres lebendigen Gottes, der die Augen eines sterblichen Menschen geöffnet hat, sodass er sehen konnte, was in weit entfernten Zeiten geschehen würde. Er sah die geringsten Einzelheiten, als wäre er ein Apostel Christi, wanderte mit dem Herrn umher und erblickte Wunder über Wunder. Den Blinden wird das Augenlicht gegeben, den Augen das Gehör, die Lahmen können gehen und den Stummen werden Stimme und Sprache geschenkt. Als Johannes der Täufer im Gefängnis seine Jünger sandte, um Christus zu fragen, bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Da antwortete der Herr mit den Worten seines Propheten Jesaja. Geht und berichtet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und den Armen wird das Evangelium verkündet. Matthäus 11, Vers 4 und 5 Seht, wie der wundervolle Herr unsere Errettung geschmiedet hat. Das, was er durch die Propheten über sich selbst prophezeite, erfüllte er. Der Prophet sprach in früherer Zeit seine Worte nach der Eingebung des Heiligen Geistes und nun spricht Christus die Worte seines Propheten. Der Prophet der Frühzeit bezog sich auf ihn und nun bezieht er sich auf den Propheten und zeigt dadurch, dass es beides seine Worte sind. Er zeigt, dass zuvor er es war, der gesprochen hat und nicht der Prophet und dass nun er es ist, der spricht und nicht irgendein anderer, um seinen Propheten als seinen treuen Knecht zu erweisen, damit keiner sagen kann, der Prophet habe falsch gesprochen. Auf diese Weise diente der Prophet der Herrlichkeit des Herrn Christus und Christus, der Herr, verherrlichte die Propheten seine treuen Knechte. O Herr Jesus, der du durch deine Knechte verherrlicht wirst und sie deinerseits verherrlichst, hilf auch uns, der majestätischen Herrlichkeit deines Namens durch Gedanken, Worte und Taten zu dienen. Dir sei Ehre und Lobpreis in Ewigkeit. Amin.